Gnades Queers. So 80er, Alter. He's destroying only those who speak his tongue. He calls them his ethnic cleansers. Ethnic cleansers? That's what Skullface is after. Then in Zoya... Was war das? Boss, is he a language language besides English on the face of the earth? Nein. So ein Wichser. Ja. Sie gaben uns Sprache. Und jetzt... Sie nehmen es weg. Es ist dankbar zu ihnen. Sie lernten erst zu mir. Aber jetzt... Die Hände der Glock sind zurück. Sie wurden... durch die Hände der Mensch. Bist du jetzt fertig? Hä? Warum sind sie schon wieder wach? Was ist das? Sie wissen, dass du die Skull rauskommst? Keine Ahnung, dass die Dinge rauskommst. Warte und sehen, was der nächste Weg ist. Boss, schütze das Ziel. Wenn er stirbt, Mutter Bayes stirbt mit ihm. Mach ich doch. Der liegt da nur. Ach, halt die Fresse. Jetzt nimmst du mich. So. Wo war jetzt der Panzer? Oben, ne? Er kommt auch. Roger das. Der macht oben die Sperre. Mist, die am besten an. Und ich hab die, die mit dem... Ding ausgerüstet. Jawoll. Die schlafen gleich ein. Oh, noch ein Heli. Ist das dein Ernst? Einer. Zwei. Vor allem, wie sie im Zweierteam da rumlaufen. Das ist taktisch eigentlich ganz klug. Für mich ist das mega scheiße. Scheiße. Jetzt kommen die natürlich alle zu mir, oder? Der schläft ein und sein Kollege hoffentlich auch. Jawoll. Einfach an eine Schneise gezogen, sozusagen. Nimm die mal mit. Da ist die Waffe. So. Die schlafen hoffentlich auch gleich ein. Er kommt auch. Roger das. Das ist echt... Das ist echt... Wir machen das echt gut. Richtige Teamarbeit hier. Scheiße. Reicht das? Scheiße. Na, einer schläft ein, der andere nicht. Jawoll. Wo sind denn die beiden da mit? Komm. Mach mal, dass wir hier wegkommen. Ich hätte ihn gar nicht runterlegen müssen. Ich habe doch auch Granaten hier mit ihm in der Hand. Okay, da muss ich mir was besseres anfangen lassen. Ich habe ihn. Den muss ich von hinten angreifen. Ich würde sagen, ich lege Kotaukel hier einfach ab. Da wird auch... Obwohl, ich kann auch einfach über den See gehen. Alter, wie doof ist das denn? Tun sie denn Panzer da hinstellen, dass ich da nicht über die Brücke gehe? Aber ich laufe einfach... Ja. Helden. Richtige Helden. Mehr sage ich dazu nicht. Didi. Du bleibst hier und passt auf unseren Alfenherrn auf. Ich schnach mir mal schon das Ding da. So, ich hoffe, der sieht mich nicht, wenn ich jetzt gerade seinen Wachsoldaten da ausschalte. So. Mitnehmen. Mitnehmen. Nein! Ich hole doch nur den Heli. Doktor. So. Wo ist denn... Didi ist nicht mal bei dem geblieben. Ich dachte doch gerade, da fehlt doch irgendwas in der... in der Szenerie. Wo ist der Hund schon wieder hin? Oh, wir haben es geschafft. War jetzt doch nicht so schwer, wie ich es dachte. So. Wo ist der Heli? Ich werde nämlich da. Wo ist er denn? Ach da. Und tschüss. Halleluja. Wow. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das hat mega Spaß gemacht, jetzt die Mission. Entschuldigt. Die Mathe wurde aufgeteilt. War cool. Und alle Missionsaufgaben erledigt. Personalkapazität überschritten. Sieben Mitarbeiter entlassen. Ups. Wir sind auf der anderen Base. Cool. Nochmal zählen und lassen. Ups. Ja. Oh. Wer ist der King? Jawoll. Ich glaube, das vier Schädel eliminiert hat uns den Arsch gerettet mit dem S-Rang. Nice. 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 Keine Alarme, keine Abschüsse. Das war mega geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Mission haben wir. Boss. Wir haben die Böden der zwei missingen Intel-Team-Member in Lufwa-Valley. Ja. Das ist traurig. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber es ist schon passiert und jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. So. Oh. Ich bin happy. Ich bin grad so happy. Ich bin so happy. Ich bin so happy. Nochmal ein S-Rang und nochmal ein paar Missionsaufgaben erledigt. Nice. 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 Okay. Jetzt haben wir die Mission. Machen wir metallische Arrakäen jetzt als nächstes? Ich würd mal sagen ja. Dass das die nächste Aufgabe wird. Also die extrem metallische Arrakäen oder wie auch immer man das ausspricht. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ich geh immer von Arach... 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 Arachnäen aus. Also halt die Spinnentiere. So. Basiseinrichtung. Haben wir denn jetzt genug Treibstoffressourcen? Ja. Haben wir. Ach. Biologisches Material. Naja. Auch gut. Unterstützungsplattform wird jetzt fertig gebaut. Präsentiere. Präsentiere. Plattformkonstruktion. So. Okay. Bitte wähle eine Mission. Ach ja. L-l-l-l. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Herausforderungsaufgaben. Was kennt man denn als Belohnung? Die hebe ich mir mal auf, bis wir wieder Platz haben. Ich hör ein bisschen GMP ab. Das ist immer eine gute Idee. So. Extern. Ich mach jetzt ganz viel extern, dass man auch GMP und Ressourcen bekommt. Ach so. Das läuft alles noch. Okay. Missionsliste. Metallische AKE. Was waren denn eigentlich die Missionsaufgaben? Da. Ähm. Vier Schädel rausgeholt. Tohkaka rausgeholt. Mission abgeschossen. Ohne von einem Marionettensoldat ergriffen worden zu sein. Okay. Das ist ja... Äh. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also so schlimm war nicht. Das kriegt man hin. Auf jeden Fall. Charakter. Machen wir wieder hier unseren Kampfanzug. Ausrüstung ist zwar schön und gut, aber ich brauche was anderes. Ich brauche das da. Die Tornado ist gut. Und den Sprengarm nehme ich mit. Die Dock, dass er mir vielleicht die... Äh. Dass er mir die... ...markiert. Und der Rest ist eigentlich ganz in Ordnung so. So. Okay. Metallische... Ihr wisst schon was. Ich sag das jetzt nicht nochmal. Sonst blamiere ich mich hier nur. So. Das muss ja nicht sein. Ich weiß noch, als wir Metal Gear 2 gespielt haben, habe ich auch statt Cartridge, äh... Cartwright gesagt. Voll doof. So. Bin ich mal gespannt. Wir haben uns schon im Helikopter umgezogen. Kein Problem. Nö, bin tot. Nein, ich bin tot. Hab ich doch grad gesagt. Skull. Skull. Stimmt, sie ist ihre Arbeit. Wir werden nicht mehr einen Schraubter in lassen. Haua. Das war mein Arsch. Wir müssen uns aus dem Skull zu eliminieren. Wir können nicht den Kodentalker verlieren. Ja, ja, ja. Ich geh gleich hier hoch. Woah, weil ich hab nämlich gelesen. Hier oben ist man einigermaßen sicher vor den Skull. Die Schraubung ist gestert. Nicht festgelegt werden. Ähm. Hast du... Ob das stehen? Ich wollte dich grad abschießen. Ah, das sind... Das sind wieder diese Skulls mit ihren Rüstungen. Ja. Ja. Ich hab gelernt, dass das tödlich ist. Diese Schraubung. Schraubung. Ups, das war daneben. Jetzt wär quiet natürlich boof, ne? Boah, die haut ja richtig boof rein, ey. Oh, 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 oh. Oh, ganz knapp, ey. So. Wieder zu dir. So, der Erste ist schon fast down. Wo ist er denn? Da. In die Eier. So. Tod durch Eierschuss. So. Komm, bleib mal stehen. Das war, glaub ich, gut. Ich weiß es nicht. Wo ist denn eigentlich der Dritte? Ach, der guckt mich... Der guckt mich an. Na? Bin ich hübsch? Da schießt mich ab, der Penner. Dann schieß ich zurück. Naja, du mich auch. Hehehehe, ich hab das fast gesehen und konnte nicht widerstehen. Ah, scheiße. Diese Steine sind mega nervig. So. Mal kurz alles nachladen. Ja, guck mal. Och nee. Och nee. Aua. Das hat weh getan. Boah, die arme Lampe. Du Wichser. Ich bin schon wieder weg. Tschüss. Also kein normaler Mensch hätte diesen Sturz jetzt gerade eben überlebt, aber okay. Wir sind ja nur Snake. Wir dürfen alles. Wir sind der von Big Boss aus erwähnte. Aua. Das tat weh. Ich muss Munition nachfordern. Ähm. Ähm. Bleib da einfach mal faul liegen. So, da liegt einer. Toll. Würden ja gerne mitnehmen, aber... Geht grad schlecht. Och, die mit ihren scheiß Steinen, ey. So, das war der zweite. Jetzt du. Okay, ich brauch mein Muni. So. Fressgranate, Arschloch. Achso, du bist schon gar nicht. Ja, aua. So, das hat dem die Rüstung ziemlich gut zerschossen. So. So. Das tat auch nicht... Das tat auch ein bisschen weh. So, der Kopf. Ist mir egal, wenn du mich triffst. Der Kopf auch. Das war gar nicht mal so schlecht, mein Freund. Oh oh. Jetzt wird er sauer. Oh ne. Lass doch die scheiß Rüstung weg. Ohne Mist. So. Ja, 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 ich bin ja schon weg. So. Ist der hier? Ist der da? Ist der da? Ich sollte aufpassen, dass ich nicht gleich sterbe, weil ich zu viel Schaden bekomme. Habe ich ihn grad davon abgehalten, den Stein zu legen? Wie geil. So. Wie zieht der nach da unten? Ist der da los? Pau, Pau, Pau. Pau, Pau, Pau. Pau, 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 Pau. Guck mal. Guck mal, ich mach Pau, Pau, Pau. Zieh nicht nach da unten. Da ist dein Fight. Was soll denn jetzt hin? Das war dumm. Das war sehr dumm. Das kann nämlich jetzt mein Leben kosten. Ja, toll, er hat wieder die Rüstung an. Klasse. Ich weiß, es ist grad mega riskant, was ich mach. Oh, er trischt mich nicht. Ah. Hör doch auf. Jo. Oh, ist gut. Ja, ich hab zu spät. Egal. Nein, hör auf. Hör auf. So. Ich kann das auch. Ist ja langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur wegrenne, ne? Aber es ist halt taktisch klüger. So. Frisch mich nicht. Jawoll. So, ich hab nicht alle bekommen, aber ich glaub, einer hat wieder gereicht. Gibt halt jetzt nicht die vollen Punkte, aber egal. Hauptsache, erst mal die Missionsaufgaben. Den Rest können wir ja dann später klären. So. Halleluja. Dann komm her Danke Boah, alter Ja Geil, ey, was geht denn gerade ab? Die ganze Zeit machen wir die S-Ringe durch Nice Wir haben jetzt mal schön zwei S-Ringe geholt Ne, drei Drei S-Ringe und alle Missionsaufgaben erledigt Mega gut Als hätte ich das alles schon geprobt Ne, ohne Mist Ich bin gerade echt von mir selber begeistert Wie das funktioniert hier Ich hätte tatsächlich mit mehr Problemen gerechnet So Ähm Weiß eigentlich zufällig irgendjemand Ob man die Missionen abschließen muss Um die Missionsaufgaben als erfüllt zu bekommen Oder kann man die erfüllen Und dann einfach die Mission beenden Weiß das zufällig jemand? Ich hab nämlich keinen Bock mehr Auf diese LKW-Mission da Aber ich brauch noch neben Ich brauch noch die Nebenaufgaben Ich will aber nicht schon wieder gegen die Skars kämpfen Äh Aber ich glaub wir müssten jetzt bei 70% sein Ja komm, die Verhörung von Yui müssen wir jetzt nicht angucken Boah, das sind das Das sind viel zu viele Zwischensequenzen Mensch LKW-Mission Die, wo man den LKW extrahieren muss Und dann die Skars aus dem LKW hüpfen In Afrika Da gibt's auch wieder zwei Genau die Da fehlen noch ein paar Nebenmissionen Was? Immer noch 67%? Alter So, GMP GMP Karte Ich muss noch ein bisschen Externe Aufträge Also ich merke jetzt gerade tatsächlich nicht wirklich Dass das irgendwie besser wird Ähm So Na Einmal Zweimal Und Dreimal So Ich hör ja auf eure Kommentare Ich hab gehört, dass dadurch diese Dass dadurch besser wird Dass sie dann nicht mehr so gut geschützt sind Wenn ich dann solche Missionen mache Oh, da sind welche gestorben Rest in Peace So Lange Rede, kurzer Sinn Überleben, Besatzungsmacht Eliminieren Sie den Oberst Der vom Dorf Sankra E zum Masei Fort Versetzt wurde Und sorgen Sie dafür, dass die Panzer Das Masei Fort Nicht erreichen Ach, das ist die Das ist doch die da Ach du Scheiße Nackt Sozusagen Einsatzpläne gesichert Oberst Eliminiert Alle Panzer Eliminiert Oberst Rausgeholt Den Oberst Und alle Panzer Eliminiert Bevor sie das Masei Fort Erreicht Haben Die im Sakra Ehefestgehaltene Personen rausgeholt Alle Panzer rausgeholt Ja klar Warum denn nicht Also ich vermute mal Wir werden Wir werden nicht alle Missionsaufgaben In einem Durchlauf Jetzt schaffen Ähm Das kriegt man auf jeden Fall Nicht hin Was ich allerdings versuchen Werde ist Alle zu machen Wo nicht mit diesem Bevor sie ins Masei Fort Ankommen Dass ich das mach Weil dann kann ich nämlich Äh Wenn sie ins Masei Fort Angekommen sind Kann ich da nämlich Die ganzen Machen ausschalten Und die Panzer bleiben ja stehen Das heißt ich kann da Dann Eher Die Panzer Extrahieren Als wenn sie sich Dorthin bewegen Das kriegt man irgendwie hin S этw Seben Wie Ja Ich Wenn sie S Tra Das stimmt